Bruno? Ja? Was ist das denn? Schon wieder, gell? Ja, ja, fangen Sie an, wo Sie wollen, da wo es Ihnen Spaß macht. Hier! Wie viel ist das? Ja, was weiß ich? 20.000, 30.000, ich hab keine Ahnung. Zähl's mal. Hä? Erzähl es, damit wir mal wissen, wie viel das ist. Ja, ja, gut, ja. Wie viel hat das gekostet? Ist doch egal! Bruno, wie viel hat das gekostet? Ach komm, wir pfeifen darauf, wie das gekostet hat. Wenn wir drauf pfeifen, dann sag mir den Preis von diesem Kleid. Naja, so um die 100 Euro. Wie viel? Du siehst großartig aus. Ich sehe scheiße aus, das ist ein Scheißkleid. Die Arbeit Deines ganzen Lebens. Ja! Ja, ja! Mein ganzes Leben ist futsch' Ja! Mein GANZESÕD Leben! Mein Ganzes Leben! Mein ganzes Leben! Mein ganzes Leben! Legen Sie die Axt weg! Mein ganzes Leben! Legen Sie die Axt weg! Mein ganzes Leben! Läggen Sie die Axt weg! Ja, ja, ja!